Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play für Get Up Pokémon Feuerrot Wir sind in der Pokémon Liga Ja, Juli ist dabei Moin Ja, das war's auch wieder Ne, ich muss kurz was ansagen, also ich hab vergessen zu speichern, das bedeutet, es ist ein bisschen ein anderer Stand Zum Beispiel zeig jetzt mal unsere Pokémon Und zudem haben wir... Halt's Maul Markus Auf jeden Fall haben die jetzt auch andere Attacken, weil ich... Damals hab ich Aquana glaub ich nicht Hydro-Pumpe beigebracht Aber inzwischen kann sie es schon Kannst du euch die Fresse halten, Juli ist am Reden, ne? Achso Ja, Marcel muss von unserem knappen Geld noch was kaufen Wer hat eigentlich gecheatet? Keine Ahnung Irgendwie so ein Part hat mir 999.999 spucket, oder? Ich hab auch nichts gemacht, Mann Ich hab auch nichts gemacht, Mann Juli hat trainiert, wie gesagt Ja, ne? Wir haben jetzt... Der ist am coolsten, der kommt nach vorne Ich hab gesagt, der kommt nach vorne Der ist fett, Junge Das ist voll süß Ja, da ist kein Mund Der ist voll süß Ja, wir haben jetzt halt, das macht jeder Top 4 Mitglied Und den Champion Währenddessen gucken wir auf mein Handy Das ist süchtig, ey So, wer liest's vor? Ich, ich will Lorelei sein Du bist schwule, die Lücke Ich kann's mal lesen, ich kann's dann rumhusten, Spaß Was ist's? Willkommen in der Pokémon-Liga Ich muss drücken Ich bin Lorelei Und gehöre zu den Top 4 Niemand kann es mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht Die Kraft von Eis-Attacken ist unglaublich Unglaublich Dir frotzt das Eis? Du wirst um Gnade winseln, wenn ich dein Pokémon eingefroren habe Bist du bereit? Sieht aus wie du Komm mit dir aus, siehst wie du Oh ja Das sieht sehr nach Markus aus Das war auf jeden Fall die beste Idee, Asuna vorhin zu haben Ja Vielleicht tue ich's jetzt nicht unbedingt direkt auswechseln Ach doch, okay Was will ich mit Was will ich mit Asuna gegen Hugong machen? Oh, das überleben wir ja Nee Kannst du auch was sagen, Markus? Ich bin enttäuscht Warum? Ich bin beleidig Warum? Warum? Wir sind Drama Baby Drama Baby Drama Baby Wie gesagt, Niklas kann nichts machen in der Pokémon Liga Ja Ich glaube Markus hat noch nie mit Niklas gekämpft Kann das sein? Markus hat Arschwasser Ich glaube Markus hat noch nie mit Niklas gekämpft Kann das sein? Guck mal auch, dass der Part nicht langweilig Ja, Markus sagt ja auch nie was Ja, wie jetzt? Markus steht nur da und Ja Oh, oh ja Geil Ich habe keine Ahnung Der Part fängt immer damit an Ich habe keine Ahnung wo wir hin müssen Insofern geht der Part an Hörst du das? Hörst du was du dir sagst? Warum lasst du dann? Hä, willst du dich verarschen? Was für ein Pokémon kommt jetzt rein? Ich habe auch nicht hingeguckt Noo Ja, jawohl Warum bist du enttäuscht, Markus? Ist das für ein Botzer, oder? Ey Was waren die Ausdrücke? Schwuchtel Gehst du doch mal an? Ich bin voll idiot Markus kennt doch nicht alle Pokémon Das ist Normal Es ist ganz normal Markus Das ist Aufklärung in Pokémon Warte mal Ich bin gerade nicht sicher Ob wenn ich die Lautstärke hier umende Ist dir da noch ein Video lauter? Hä Eigentlich schon Von der Rein Theorie her Müsste es aber schon sein Ja, eigentlich schon Hey Markus, es macht keinen Sinn Ach, er kann mich ja nicht hören Hä 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 Juli Ja Ja Ich habe... Ja Markus, ich höre mich selbst Ich höre... Ja Markus, ich höre mich selbst Ich hab dem Video, du Vollidiot Markus hat doch mal die Presse jetzt! Wie kann der mich hören? Wie kann der mich hören? Ich habe das ungeändert Also wenn das Video jetzt so laut ist, tut es mir leid Ich... Markus hat gesagt, es wird nicht lauter Hört man nur noch In-Game-Sound Normalerweise dürfte aber nicht Ich habe hier Pokémon eine Stufe eingestellt Und da kann das viel jetzt mal drauf gehen Kannst du mal was reden? Warum? Warum? Markus... Ach nee, es muss selbst part Ich könnte sagen, es ist Markus part Aber ihr stimmt ja nicht ganz Ich bin treu bleiben Warum? Ich bin der Stille Ja, merkt man damals auch Ich muss für treu bleiben Warum? Ich bin der Stille Ja Markus ist der... Ich bin der Stille Ich habe irgendwie Angst Weil ich den Gegner Markus als nächstes kriege Ich habe irgendwie das Gefühl Markus Bauts Du bist schlecht Alter Du schlecht bist Ganz einfach zu trinken Ja, man müsste ja euer Handy anhaben Der Geld muss ja euer Handy anhaben Ich will ja nichts Ich schreib doch gar nicht Ich trinke Krass, ich trinke jetzt auf, warte. Pass auf, die Flasche ist auf. Schmeiß sie um, schmeiß sie um, schmeiß sie um. Ey, warum? Warum schmeckt das Wasser so eklig? Weil du das getrunken hast. Das war so ein kleiner Junge. Juli, du musst lesen. Es sollte nicht so laufen. Lesen mal, Juli. Es sollte nicht so laufen. Ey, nochmal richtig jetzt. Es sollte nicht so laufen. Was war jetzt? Alice? Ja, bei mir ist jetzt... Du bist besser als ich dachte. Ist das schon? Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack auf Dinge, die dich noch erwarten. Juni, ich muss dir sagen, du bist schwul. Nein, die ist schwul. Wir heilen jetzt noch, Dingi. Ja, willst du jetzt, Leute? Warum machst du das? Nein! Nein, das ist ein Opfer. Es geht mir nicht auf dich, Alter. Ja, das bist du. Warum machst du das? Spass. So, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Wir haben ein Vibe drin? Was? Markus hat den Kampftypen. Ja. Und da. Okay, das ist ein Opfer, aber da. Ja. Gut, Leute. Ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst doch noch oben da. Der nächste Part ist Markus. Also, könnt ihr euch auf Unproduktivität einstellen. Tja, Leute. Und Markus wird nicht wissen, wo er hin muss, glaubt mir. Fängt euch nie wieder mehr. I'm out. Wohin gehst du? Der ist grad aufgestanden und die Tür rausgelaufen. Echt? Ja. Warum tut er das? Ich weiß es nicht, Juni. Egal, Leute. Wenn's euch gefallen lassen, dann sind wir noch oben da. Nächster Part bei Markus. Juni ist auch in dem Videobeschrank verlinkt. Dann. Sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis dann. Ciao. Und ciao.